da muss es nur um gut zu sein der nachher so wie viele Steine sind das vier oder fünf ebc-fail mein jungen ebc-fail ich bin durch und er aufnahmen für die ewige sei es ist nur in der Zeit aber das auch einfach so lange das ist von der das war ein weiter auf genau hier ist es will ich das Item haben ich will das Item haben ja, Leute, ich will das Item haben wollen wir jetzt mal eins mal eben so, äh, schwer war das jetzt ja, nee, ich will keinen neuen Schuss aktivieren in der Hoffnung, dass ich das in Ruhe lässt Goldbart, wenn du unbedingt willst, Goldbart dann kann ich sie auch mit Apfaknarein überbraten bis noch da? und bis gerade so beschäftigt ja konfugstrahl, ich bin verwirrt aber gut, ist mir egal, ich fang dich jetzt jetzt geht das schon wieder los och gottchen, jetzt komm schon je nachdem, wie stark der Pokoball sich bewegt weiß man schon, ob der rausgeht oder nicht wird gefangen werden wird gefangen, du aus komm ja, so und wie wird er heißen? er wird heißen ja, so äh, so äh, ja, wenn ich jetzt die Taste finden so, da äh, so 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 weiter und gehen raus und wir haben das nächste Reservor uns was aber auch nicht schwer ist wie ihr hier seht die Frage ist halt ist halt wo lang äh, das ist aber, glaube ich, wichtig was machst du da eigentlich, sondern nur nicht nur ruhig hier ich? äh schlussigreich ne, ich muss gerade nochmal durch die Höhle äh, was ich habe einfach nochmal durch die Höhle deswegen auch bin durch so so ich hab' ich zur Trommara und es ist halt, es geht alles perfekt so fliegen bräuchte ich nicht so scheiße was ach gut, die will gar nicht kämpfen okay, ja, zur Art, verledigt Leute, Pampi oder Pampi, oder wir tun Fani Pampi Pampi, genau ha, ist tot so, was, wo krieg ich denn, zwar auch leck mich doch nicht, will ja, ich glaube ich, am Rogelbaum naja, mal schauen so, jetzt kann ich auch endlich durch die dreckige vertreibere Höhle oh tut mir leid wo bist du? in der Drachenstadt oh, da bin ich gerade durch ah, da bin ich gerade durch zum zweiten Mal boah, das war ein Top-Schutz boah, das war ein Top-Schutz ich hab' keinen Schutz mit nein kaufen wir welche, bringen wir welche mit das weil hier sind Level 3er Pokémon es kommt aufs Gleiche aus so behindert das sind Level 3er Pokémon was ist das eigentlich mit, äh, fliegen wo kriegen wir fliegen her an der Insel ganz links ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hinluten zu achten Orden ja, war irgendwie das ist so komisch weil müssen wir hier nicht so wie durch den Kraterberg, oder? ich hole jetzt erstmal Vertrümmerer, dann weiß ich mehr weil ich weiß noch ein paar Stellen, wo ich lang muss na, endlich ist der Spaten besiegt äh, boah, die Kämpfe gehen mir gerade irgendwie Tiere drauf im Sack boah, jetzt ruft mich meine Mutter wieder an ich hab wieder schnutzloses Zeug gekauft, ey ja, klasse, ich bin jetzt im Mondberg wenn du mir noch sagst, was das ist der am Anfang da, dieser einfache Berg was soll das denn jetzt das bringt uns so nix, wenn wir wieder in diesem Berg sind da kommen wir noch nicht weiter ja, bei welchem Berg bist du? da wo man anfangen rein kann, wo man Blitz braucht weißt du welchen Berg ich meine ich bin voll für den Arsch gerade hier ich werde gerade voll von dem Spülmer wieder verarscht so eben hat er sich nicht bewegt ja, lieber will ich aber haben, ja hm so lass mal zusammen in diesen einen Berg und dann gucken in Wessenberg ach, da ist ja auch kein Dings da wo bin ich denn jetzt gelandet aber ich weiß gerade nicht, wo ich bin govokate, haha ich hasse alles ich weiß auch nicht, wo ich hin muss oh, da ist ja ein Mühe nein doch 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 level 16er Punita schaffe ich bestimmt nicht zu besögen wie viele Parts haben wir? keine Ahnung genug glaube ich, genug so, in zwei Minuten ist der nächste Part vorbei dann müssen wir beide kurze Pause machen weil dann Baden erst mit dem Internet wieder da ist also 14.21 und du wartest auch und machst nicht weiter oder so ja nur komplett lösen ja ich glaub auch ja ich glaub auch oh, Komfort, oh 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 mein Gott Technikerin Lotto wurde besiegelt, na bitte komm schon ich war einfach mal durch vorliegenden und nicht zum Linden was sein zu uns vorgefällt weil es wieder ganz rumlaufen muss ich du musst auch mal durch die Höhle und so genau so wie ich gefällt so er wird immer noch so zu sagen naja so zu sagen wo es ist so was ist los